Die Titanen Die Wächter! Warum greifen sie uns an? Oh nein! Ganon hat sie unter seine Kontrolle gebracht. Daro, Rivali, Mipha und Ubosa, sie waren in den Titanen. Es ist alles meine Schuld! Ich konnte die Macht des Siegels nicht erwecken. Und jetzt hat Ganon uns die Relikte gestohlen, die uns vor ihm schützen sollten. Ich, alles was ich getan habe, es war alles vergebens. Ich konnte das alles nicht verhindern. Mein Volk, meine Freunde und mein Vater auch. Ich habe sie im Stich gelassen. Und jetzt sind alle tot. Ich habe sie im Stich gelassen. Vielen Dank.